das Prinzip nicht es ist mir fremd Lechtungen an die Kiste und es hat irgendwas mit der Kiste zu tun aber die Kiste nein wir machen das auf die altmodische Art glaube ich wir machen dahinter ich mache jetzt eine Barrel Wand mit Pipes dahinter in Schlangenlinien haben wir den hast du ne French? ich nicht was? ne aber du bist doch hier der Technik Freak du brauchst einen Schraubenschlüssel ne ja doch klar ne aber auf jeden Fall wie kannst du dann deine Maschinen aufbauen das geht doch nicht mit den Fingern mit den Fingern mit den Fingern so hier pass auf Achtung hier kommt ne Wand hin dann sitzen wir hier ja genau genau da hinten da sieht man auch ganz genau was da drin ist und davor auch Eisen auch Eisen Eisen habe ich einstecken so wenn eine Gehaltserhöhung springen lässt dann kriegst du ein paar Gehaltserhöhung Gehaltserhöhung ist dass du nichts mit dem Hammer kriegst ich bin gleich tot du hast noch mehr nein ja doch hier ich habe noch fünf Stück Entschuldigung aber mehr habe ich noch mehr habe ich leider nicht ich glaube nicht ich glaube zwar du hast noch mehr aber okay ich habe 44 nein ich habe wirklich nicht mehr von dir bin ich nichts da da bist du in deinem Keller ja okay ja ich verstehe auch nicht bei Chefchen ruckelt das hier unten im Keller bei mir läuft das flüssig ja stell doch mal ein paar Fackeln auf glaube ich dann kommt Chefchen nicht mehr runter du hast einen roten und grünen Tank hinten bist du was besonderes wer Chef warte mal ich muss mal eben kurz was gucken bei dir hier unten oh noch zwei Kabel ähm wo bist du denn wie ach da hinten dreh dich mal um du hast nur einen Tank ne ich habe zwei nein bei mir hast du einen Tank dreh dich mal um du hast zwei rote ja du hast einen roten und der ich habe ja auch zwei rote der war da grad grün und ich du hast nur einen bei mir mein würde ich habe zwei hast du noch zwei Aluminium Kabel nö du wolltest nichts von mir geh weg dann baue ich dich ja ab das ist Galactic Science das Mod Pack von FDB und es ist wirklich sehr sehr lustig vor allen Dingen wenn man ähm mit solchen Leuten hier auf den Mond gefangen ist ja ist nicht einfach mit euch ne gar nicht hier friss ich meine Äpfel weuuu mach mal Tag 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 es ist immer dunkel hier die Sonne hä es ist doch Tag die Sonne steht sie steht doch da kommt gerade das ist gut äh ja sie steigt ganz langsam aber ja kommt gerade also müsstest du ja jetzt äh gleich hier irgendwann mal Energie bekommen denke ich hier ja so irgendwann halt ne ich hoffe mal ne ja ich weiß auch nicht außerdem ist die Sonne da hinten und nicht da also rein technisch funktioniert das nicht nein einer ja oh ich stell ihn hin pfff bitte weil ja hat jemand die Lapis geklaut piu 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 er kommt er kommt schnell weg der Gesmo hält einen hier von der Arbeit ab ja bei mir auch ganz schlimm ich bin immer voll produktiv wo hallo muss man eben hier vorbei du cheatest ja ok hast gewonnen hier kriegst du wieder bitteschön dass du das immer nur mit Gewalt haben willst ne er mag Schläge so äh wir wollten wer will spawn er schlägt mich immer ich weiß gar nicht warum ich hab nichts getan diese folgen wir brauchen noch ein paar kisten wo hab ich jetzt mein holz hinko packt ach hier draußen hab ich mein holz hinko packt ähm das ist die Sorting Barrel die ich nicht verstehe das ist die Sorting Chess die ich auch nicht verstehe keine Ahnung wie das Ding funktioniert äh bin ich zu alt für wahrscheinlich keine Ahnung das wird sein das wird sein das alter so äh wie viel Barrels brauchen wir denn hier was kommt da unten jetzt alles raus wir müssen jetzt Meteora abbauen wir müssen Meteora ich hab schon welche abgebaut ähm was mach ich hier eigentlich achso ähm ne hab ich in die Kiste gepackt gehabt übrigens 3 hoch ja ne 3 ganze ja einer von dreien überschnitt blub 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 dann da eine hin da eine hin da eine hin da kommt keine hin genau so da kommen wir hier so über Eck was hast du eigentlich für den Stein verbaut? Cobblestone ja an den Wänden ist Cobblestone und obendran ist äh Stone Stone? ich hab kein zu hast du noch Stone Stone hast du noch Stone? äh ist das Meteor sicher oder? oder nö aber ich keine Ahnung sichtbar abbauen gehen du brauchtest noch welche oder wie war das? guck mal hier das sind die äh Meteor die gefallenen und äh wenn die runterkommen gibt's Aua der Rasiel kann da ein Lied von singen sieht das ungefähr so aus wie hier und nur nicht ganz so schlimm so wieviel brauchtest du jetzt? ja wat? ne du brauchtest doch äh Roar sind wir da Meteor Iron ja wir haben ja ich brauch noch Bronze und so äh Chef Chef? ja bitte? ähm Chef? ne 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 das ist schon erledigt alles gut äh ja wir haben auch ein YouTube Channel haben wir? ja ich glaub doch hast du ihn doch erstellt oder? das war wohl hatte ich denn die ganze zeit die live streams trauen verdammte jetzt sagst du was also hätte ich ein moderator der hätte jetzt sind bestimmten link geschickt aber aber ich weiß auch nicht ist nie da ich glaube ich muss ihn kündigen weg mit dem dreck haben wir reisen zufällig steht der link nicht schon unten drunter bei dir nö hast du ja nicht geändert das hast du geändert ich wollte wenn ich urlaub habe das ändern hab ich schon urlaub nein erst abnächst alles die ganze letzte woche urlaub was für die community musst du immer urlaub haben der der lügt immer voll das ist es ist nicht er tut nicht nur uns immer nur schändigen hier er lügt auch noch also ja 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 da findest du auch die ersten folgen von diesen tollen modpack hier wo rasil sich wagemutig in den dem meteor gefangen hat ja fand ich super so was kann ich jetzt hier mit diesem raro und zeug hier machen nichts also auseinandernehmen kann ich das nicht ja alles klar ab die kiste warte mal hier hatte ich ja 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 ich krieg nämlich kein redstone mehr also aus krebel kriegt man kein nur aus mutter zum beispiel fix aus sand aus sand küsse aber ich kann jetzt nicht umschalten auf sand warum nicht weil sonst kriegen beide sand ach so also bräuchtest du noch so nen wie heißt ich bräuchte noch einen der das ins bild weißt du naja ich kann jetzt erst mal sand machen das ist kein problem eigentlich das wäre doch sehr so mach ich jetzt mal sand was kommt ja eigentlich aus eisen haben wir schon eisen ja ein bisschen aber nicht viel ähm wollen wir das jetzt absaugen und hier oben nee warte mal nein das muss alles nachher erstmal in barrels rein die hier unten noch stehen zumindest die barrels für die für die ärzte damit ja mit meiner hammer anlage äh alles komplett klein hammern kann ok und äh ja also mach ich jetzt hier unten erstmal platz ne ich wollte eigentlich weiter in die länge ich wollte eigentlich weiter in die länge gehen weil ich da die komplette reihe da hinten alles voll machen mit generatoren hier damit wir genug strom kriegen hier wollte ich hier genau daneben einfach weißt du dass du gar nicht so lange ziehen musst weißt du an die wand oder oder so oder willst du ja das ist dein keller du bist das keller kind nicht ich ich wollte nur schon mal help mei ja ich kann ich kann bestimmt irgendwas tun also ich kann rumlaufen ne ja wenn du wenn du hier weiter aus fackeln verteilen kann ich auf jeden fall ne die fackeln kannst alle wegnehmen nein du brauchst licht jetzt kriegst du schlechte augen wieso nimmt ihr eigentlich fackeln und macht kein spotlight weil fackeln toll sind jetzt guckst du mich ganz blöd an mit deinen beiden roten klubsch augen ne so wo soll ich kram ich hab ne dia spitzhacke jo hier dann mach ich alles weg alles weg mach ganz groß hier alles alles klar ne war auch meine stöne spitzhacke dafür dafür aber es ist